man hat mich schon gesehen ich komme ja ich sehe euch da hinten schon tanzen einfach ausweichen jetzt schießt er wieder oder auch nicht gemacht in den kopf schwert affinität ich bekomme dann immer so schwierig ist eigentlich wohl einfach du musst nur auf der schutzweite die gehen nicht zu rechnen die gehen nicht nach rechts oder links aber der kommt nach vorne ich sehe mal viel zu spät hat er aufgebaut hat ja der teleportiert sich wieder also wir werden wieder in andere dimensionen da liegt noch eine mine sind einige davon den illusionen oder was also von denen da kommt ja manchmal zweimal einer von den füchern raus da nicht speichern für alles aus beiden löchern die katze daraus er oder was auch immer wird dann ist wieder zum glück hast du mein angriff nicht kannst du meinen angriff nicht blockieren ich habe gerade geschossen alter 686 war das so gemacht oder nicht okay da hat irgendwie gar keinen schaden gemacht aus irgendwelchen also ich mache immer irgendwie so 101 schaden pro krefer ich finde ich war das gestern ja irgendwie war das jetzt natürlich schwerer ja das habe ich gestern auch schon ich habe eine mienisch fliegt da rein also nicht halt die klappe wieso ist die mine nicht hochgegangen jetzt musste ich die planchen ich würde da weg gehen dann genau wieder in dem schussfeld von den ganzen dingern da jetzt hat er mich gestern ich sehe ich ließe dann einfach wieder dann einfach nicht check wie die ganzen portale das kannst du ja da ist großzügig los hier ist klar trinkt für meine unterhaltung wir sollen das unterhält dann sei irgend so ein bisschen beim trinken so zu sehen ich stehe auf so hat mein fetisch da ist die mietze katze aber doch immer das ratten mietze katzen hybride hinter dir andere dimensionen der kommt von oben von unten eigentlich ja neuer mann ist ein neues manöver aber das irgendwie leben würde vorher am boden auftaucht der ganze locker ausweichen irgendwie scheint man nicht auf das zu reagieren das steht irgendwie voll da hinten aber die explodieren naja ist ein baum in einem von den wir gehen aber irgendwie nur auf dich habe ich so ich dachte ich hätte jetzt getroffen da fällt es wieder da ist genau davor ich kann irgendwie nicht weiter zurückgehen jetzt bin ich viel zu nah an die scheiße hier dran wo bist du eigentlich ja jetzt kommt er auf einmal aus dem linken bildschirm hier hier werde ich jetzt sterben ich mache das schon der geht nicht auf mich los der antwort ging nicht anders kann ich werde nicht erklären naja ich wollte den grad anreifen da ich wollte mich grad hoch ein ich dachte er geht nur auf dich los ich stecke mich einfach hinter den dann werde ich nicht getroffen ja ich bin tot korruption hat mich erwischt hatte ich mag mich einfach wieder wenn nicht korruption macht schaden überzeit das ist ja auch alter jetzt wird sie der scheiße das team eigentlich tot da habe ich gerade in der quelle hochgehalten er hat freut mich für dich ja ich habe es nicht mehr rechtzeitig geschafft alter hat er mich nicht getroffen das freut mich für dich dann mit deiner da schaden halbiert gott ich will auf den los geben während da war ein komischer kampf dg ich habe da erstmal ein paar blumen sammeln gehen wir den als geschenk gott ich habe eine herunter freue mich war schon über den abgrund habe noch irgendwie geschafft so die kante wir gehen in die andere dimension das heißt ich kann mich entspannen okay dann noch mal auf mich los ja mein gott voll der lichte show die wir hier machen alter wie viel zahlen und zwar ist voll kleine zahlen aber irgendwie wenn ihr so 10 20 zahlen auf einmal oder so habe ich gesehen habe ich nachher direkt vor mir ehrlich ich bin dahinter war abgehauen hier mehr verteidigung aber ich schaffte hat immer beinahe den zu treffen mit diesem ausruf für dinge hat war da fühlt sich nicht gut an dinge aber ganz schön lange soll er frustrat heimlich das geht auf dich ich wollte eigentlich damit gut man so heilgranaten da hat mich noch gehalten da 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 aber ich habe keines mehr ja das ist nicht so ich krieg langsam okay ich werde immer seltener getroffen von dem scheiß ich bin immer so kurz davor das ding zu treffen damit ich bin immer blöchig oh gott äh gott gute manöver nein ach scheiße da hat er mich von der seite getroffen wieder weit abgehauen ja ich bin schon spitze das hört sich nicht gut an da wird ein bisschen knapp ich bin immer wieder mal ein schluck oder zwei ich bin doch ich bin doch ich bin doch das nur nicht getroffen werden ich bin weg von mir ich tue dich doch gar nicht blockieren dann ach scheiße du kommt gerade raus und schon ich habe mich doch gerade ist wiederbelebt wie viel schaden macht denn diese kacke alter hat keine spitzen mehr ja gar nicht schon wieder tot ich habe auch keine spritz mehr okay dann war verloren war ich war wahrscheinlich schon so gut wie tot aber wir kriegen noch die ganzen items oder nein also ich habe den rat bekommen also das ist das was zählt ja hab doch du bist glücklich was hat auch was ich bin aber unglücklich aus 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 in in aus Untertitelung des ZDF, 2020